Die Berufsschule mag allerhand notwendiges Wissen vermitteln, einen eigentlichen Geschichtsunterricht aber gibt es dort kaum. Fragt man nach der Hitlerzeit oder nach der Sowjetzone, so erhält man praktisch die gleichen Antworten wie in der Volksschule. Was sie bisher nicht lernten, lehrt sie die Schule nicht mehr. Sie gehen hinaus ins Leben, die große Masse unserer Schüler, die Wähler von morgen. Was aber sagen zu all dem die Eltern? Ich finde es sogar sehr wichtig, dass unsere Kinder unterrichtet werden, damit sie, wenn sie mal ins Leben hinauskommen, auch mal Bescheid wissen, damit sie mitreden können und auch vielleicht dafür gewappnet sind, wie sie sich verhalten sollen. Man soll die Kinder belehren über das Gute und Böse der Nazizeit, damit sie, wenn sie den Weg ins Leben antreten, wissen, was sie zu tun und zu lassen haben, um das Gute vom Bösen zu unterscheiden, damit sie der Gefahr entgehen, die wir keine Gelegenheit zu hatten. Also ich bin der Meinung, man soll die Kinder nicht darüber aufklären. Ich halte es für richtig, dass die Jugend über den Nationalsozialismus orientiert wird, damit sich die Kinder eine eigene Meinung bilden können. Zuerst halte ich die Unterrichtung über unsere gegenwärtige Situation für wichtig und die Unterrichtung über die Vergangenheit, weil sie darauf aufbaut. Wenn wir vermeiden wollen, dass unsere Jugend sich durch dieselben Irrungen und Wirrungen durchkämpfen muss, wie wir es notwendig hatten, dann bleibt gar nichts anderes übrig, als sie zu unterrichten, und zwar möglichst objektiv und möglichst eingehend. Ich fand, dass nach 14 Jahren endlich die Zeit mal ruhen müsste. Die war traurig genug. Ich halte es aber für dringend erforderlich, dass nicht nur das Elternhaus, sondern auch die Schule auf diesem Gebiet das Erforderliche tut und die Jugend eindeutig über und in klarer Weise und wahrheitsgemäß über diese Zeit unterrichtet. Und sie wird dadurch in der Jugend das Gefühl erwecken, dass es wirklich eine Zeit des Unrechts war und dass es vielleicht heute noch eine Zeit des Unrechts insoweit ist, als es uns noch nicht gelungen ist, wieder in einem einigen Deutschland zusammenzuleben. Man kann die Frage stellen, wie kommt es, dass so wenig darüber bekannt ist, denn es ist sehr wenig bekannt. Ich schätze aus meinem Beobachtungskreis als Vorprüfer der Studienstiftung des Deutschen Volkes, dass etwa 50 Prozent, höchstens 50 Prozent aller Abiturienten über die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg hinauskommen und der Prozentsatz derer, die auch die nationalsozialistische Zeit in der Schule kennenlernen, ist ganz erschreckend gering. Nur fünf Prozent der von mir befragten Eltern hielt eine Unterrichtung über die Nazizeit und über die Sowjetzone für unnötig. 95 Prozent aber wünschten nachdrücklich, dass ihre Kinder genau erfahren, was nach 1933 in Deutschland geschah. Und die Kinder selber? Fast 100 Prozent heben die Hand, wenn man sie fragt, wer von ihnen gerne mehr wissen würde. Sie begründen ihren Wunsch folgendermaßen. Ich möchte mehr wissen, weil hier ganz in der Nähe eine jüdische Synagoge gestanden hat und warum Hitler sie zerstören lassen hat und warum er so einen Hass gegen die Juden hatte. Uns Deutschen wird ja häufig vorgeworfen, dass wir die Juden und sämtliche verfolgt haben und wir eigentlich wissen gar nichts davon. Als Sie von dem KZ-Prozess gegen Schubel und Sorge gehört haben, da werden sich doch viele von uns jungen Menschen gefragt haben, warum haben die das gemacht? Die müssen doch eine Triebfeder gehabt haben. Und auch in der englischen Presse werden wir Deutschen auch so oft angegriffen und dann müssen wir uns doch verteidigen können. Darum möchte ich gerne darüber mehr wissen. Ich möchte später noch einmal was von der Konzentrationslage hören. Zwar nicht gerne, aber man muss es hören. Denn es war ein Schandfleck in unserem Volk und er soll uns einmal eine Lehre sein. Wenn wir in solche Situationen kommen, dass wir es dann besser machen. Wir können daraus sehr viel lernen, dass es, wenn es einmal so weit kommen sollte, dass es bei uns hier auch eingeführt werden sollte, dass wir uns früh genug dagegen auflehnen. Es ist ja möglich, dass noch einmal so ein Mann an die Regierung kommt und da weiß ich, was mir bevorsteht. Also mich interessiert es über die DDR sehr, denn es drohen uns Deutschen große Gefahren, gerade von drüben, von Osten. Und falls es zu einem Kriegsausbruch kommen sollte, so sind doch auch wir Frauen gerade sehr in Mitleidenschaft gezogen. Denn die Frauen haben viel mehr, meines Erachtens, zu leiden als die Männer. Denn die Männer denken an ihr eigenes Leben und die Frauen denken an die Familie und an das Leben ihres Mannes. Ich möchte gerne wissen, warum in der DDR die Kirche verfolgt wird. Ich möchte darum mehr wissen, weil ich dann auch die Deutschland und Berlin-Frage besser beurteilen kann. Ich finde, wir müssen alle viel mehr darüber Bescheid wissen, denn es sind Deutsche. Und wenn wir uns nicht so viel dafür interessieren, dann entfernen wir uns immer mehr vom Osten. Mit unserer wirtschaftswunderlichen Bundesrepublik haben wir inzwischen erreicht, dass wir alle so satt geworden sind, dass uns praktisch, wie wir es als große Schichten unseres, unserer bundesrepublikanischen Volkes sich überhaupt nicht mehr interessiert für den Osten. Und dass eben nur konkretes Wissen über den Osten unser Interesse an der Sowjetzone und dem Osten erhalten kann. Ich bin der Meinung, dass dieses große Problem, vor allen Dingen der Kommunismus, auf uns zukommt. Und dass wir eigentlich, also meistens jedenfalls im Kommunismus keine festen Gedanken entgegensetzen können, sondern meistens mit abgedroschenen Phrasen kommen, wie von unserer Seite Freiheit und auf der anderen Seite Unfreiheit. Das heißt, was meine ich, dass wir uns damit beschäftigen müssen? Also ich möchte bekennen, dass ich mich privat zu wenig mit diesem Problem beschäftige, aber ich möchte doch sagen, dass vielleicht die Schule etwas mehr auf diese Probleme eingehen müsste. Ich möchte die Schule nicht beschuldigen, aber ich glaube, es wäre doch ihre Pflicht, uns etwas mehr dazu anzuhalten. Ich möchte die Schule nicht beschuldigen, aber ich möchte die Schule nicht beschuldigen.